So, ja, ja, komm. Ja, dann lass... Ata! Ich bin der Reichweite am Deal. So, jetzt kloppen die sich gegenseitig. Finde ich sehr schön. Die sollen sich meine Rote kloppen. Ich baue mal hier weiter. So, das Schöne ist, wenn ein Mob nämlich anfängt, den anderen zu attackieren, attackieren die sich die ganze Zeit gegenseitig. Siehste? Jetzt hat der eine den anderen umgesetzt. So, wir zum Schlank senzen wir ihn jetzt um. So, blub, blub. Okay, ah, das Glas ist sowieso gerade leer. Naja, gut. Okay, ähm, wir müssen jetzt... Da müssen wir noch runter. Da bauen wir später auch noch eine richtige Treppe hin. Müsst ihr euch keine Sorgen machen. Da bauen wir noch was Gescheites hin. Gerade mal überlegen, ob wir uns ein paar Eisenspitzhacken mit Agilität, sprich mit Geschwindigkeit craften sollen. Gerade mal so zwei, drei Stück. Belangt ja auf einem Slot. Ähm, so ein vierer Slot wäre natürlich wesentlich schöner. Ähm, da das ja die Stufe von dem Slot angibt. Aber wir können ja immer wieder Monster kloppen, äh, Rohstoffe abbauen, Pipapo. Da kommen wir ja eigentlich ganz schnell wieder an Experience dran. Ah ja, schauen wir mal. Wir kriegen ja auch durch, ähm, wenn wir Sachen im Ofen braten, kriegen wir ja auch immer EP, wenn wir das rausholen. Also hier Eisen, Fleisch und so eine Geschichte, Gold und das alles. Also von daher, ich denke, ähm, da kommen wir auf jeden Fall wieder schnell an Level ran. Wir haben jetzt in, äh, bisschen mehr wie 20 Folgen 42 Level gehabt. Also von daher sollte eigentlich nicht das Problem werden. Ähm, jetzt muss ich mal gucken, wie viel weit das Ding wird hier. Also das Glasdach wird auf jeden Fall noch wesentlich größer. Da müssen wir noch wesentlich was dran machen. So, warte mal. Den Regen mache ich mal kurz aus. Der nervt jetzt hier gerade bei Monsterjagen. Oder ist ein Creeper? Den lassen wir mal. So, kommt die aus. So, da hinten haben wir wieder mega Party hier. So, siehst du, zwei, drei Schläge bei manchen. Haben wir sie weg. Spinnereintreffer weg. So. So, Alter. So, Popel. Komm mal ran. So, und zack, Level 21. Siehst du? Drei Creeper. Vier Creeper! Ho 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 ho. Ah, das ist immer eine tolle Schauhilde. So. Das werden wir gar nicht verhindern können. Einer wird hochfliegen. Mindestens. Och, Alter. Na, sollen sie mal kommen. So, komm mal, eine kleine Sammelstätte hier basteln. Ja, komm mal ran. Ja, komm, du Spaten. Warte mal, was du ja extra wirst, oder was? Ich glaube, du Spenst. Ach, scheiße. Alter. Ja, komm mal ran. Machen wir es halt so. Das ist der Mann. So. Na ja, das bin ich gekriegt, dann ist es natürlich blöd, dass das vier auf dem Haufen sind. Ja, das ist so. Dämische Scheiß-Skelette hier, das ist doch... Ich wollte eigentlich Monster jagen, aber nicht Creeper. Ja, das ist mir dann doch ein bisschen zu gefährlich hier. Gut, wenn es einer ist, natürlich klar. Hallo, wir fahren mal. Ja, komm mal. Umstrollen wir noch ein paar Überreste hier. Einen Bogen könnten wir uns verzaubern. Das wäre natürlich eine super Sache. Ich glaube, das können wir dann schön aus der Ferne alle umsenzen. Ich glaube, das gehen wir mal machen eben hier. Dann können wir uns mal ein Bogen basteln. Den verzaubern wir dann und dann gehen wir da mit dem Monster jagen. Dann haben wir, denke ich, bessere Chancen. Wenn wir den Creeper hier weg haben. So, sehr nett von dir, dass du mir den Volk gekloppt hast. Machst du mir natürlich jetzt gleich, oder? Ja, ich weiß, wir sind fast tot, aber keine Panik. Nein! Ah, ich habe mir eben noch zischen gehört. Scheiße. Da hat man davon, wenn man nur Monster jagt hier. Ist das hier immer so ein Pfeil? Ah, wir haben hier genügend Holz dabei, von daher, ja. Bastard. So. Also wird mal verbaut hier, wie es das gehört. Ähm, so, warte mal, hier mal Holz. So, zack. Und schon ist die Hütte wieder dicht. Erde, 16, da kommen wir natürlich mega weit mit. So. Das ist der chemischen Scheißkrieg, ey. Das ist... Oh, siehst du mal, ohne Rüstung wären wir jetzt weg gewesen. Der hätte uns einfach mal weggebombt hier. So. Ich kann kurz ein bisschen Erde mitnehmen hier. Jetzt würde ich sagen, Eisen. Dann kann man hier mal das Loch schnell zuflicken. So. Reicht da jetzt erstmal zum zumachen. Dann können wir das pflicken hier. So. Und dann hält man das auch zu. So. Dann gehen wir uns mal einen Bogen enchanten hier. Erstmal einen eigenen Basteln dazu. Ähm. Zutaten. Stringelings. Drei Stück brauchen wir mal. Pfeiler brauchen wir natürlich. Pfeiler brauchen wir noch einen halb kaputten... Oh, guck mal, da haben wir fast einen Ganzen. Oh, nee, dann brauchen wir uns gar keinen machen. Haben wir da noch einen in der Kiste? Ja, Tatsache. Da können wir uns fast einen ganz... Einen haben wir sogar fast ganz. Warte mal, wenn wir die tauschen... Wie lange das für einen Ganzen? Naja, nicht ganz. Aber dann brauchen wir uns wenigstens keinen neuen Craften. Dann machen wir das mal so. Können wir eigentlich mal verzaubern zumindest. Pfeiler haben wir ja dabei. Dann gehen wir mal gucken. Mal schauen, was wir da draufhauen. Haltbarkeit wäre natürlich klar. Äh. Ein fast schon non-plus-ultra. Aber müssen wir mal gucken, was wir draus machen. So, nehmen wir Demo-Ganzes. Stufe 9. Naja, ein Slot. Ähm. Schriftrollen haben wir jetzt gar keiner dabei, ne? Ne. So, können wir da irgendwie... Naja, keine Ahnung. Ich muss mal gucken, dass ich irgendwie eine Anleitung finde, wie dieser Research Table funktioniert. Müssen wir mal noch schauen. Ähm. Schriftrolle hat man irgendwann noch hier. Ähm. Ja. Schriftrolle des Scherf, äh, können wir die jetzt reinpacken oder brauchen wir die Schriftrolle des Eisens? Das weiß ich jetzt natürlich nicht. Nehmen wir mal noch Papier mit. Nehmen wir mal noch Papier mit. Eisen haben wir eh dabei. Dann schauen wir mal. Eisenspitzhacke. Könnten wir auch noch Haltbarkeit drauf machen, ne? Mal gucken. Schriftrollen können wir uns ja noch basteln. Apropos, nehmen wir gleich mal wieder mit hier. So. Zack, 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 zack. Wir brauchen nur noch für Bücher und Pipapo und Blagedöns. Ja, brauchen nur noch einige. So. Da haben wir noch einen. Da haben wir auch noch einen. Plöp. Ähm. So. Zuckerrohr. Dann können wir das Feld hier mal noch voll machen. So. Dann haben wir mal vier volle Reihen. Boink. So. Okay. Schauen wir noch ein paar Blätter raus jetzt. Ähm. So, raus. Zwei Bücher. Ich hol mal noch das eine Buch, was wir hinten haben. Zuerst alles, was wir an Buchmaterial haben. Ähm. Tachos können wir uns dann nämlich noch ein paar Bücher hinklatschen. Dann können wir vielleicht schon Items mit zwei Slots oder so machen. Wollen wir mal gucken. Und das können wir mal auch mitnehmen. Buch nehmen wir mit. Huch. Was haben wir hier? Ach, hier haben wir noch ein Haltbarkeitsbuch. Siehst du? Dann brauchen wir uns da schon mal gar nichts basteln. Äh. So. Mal kurz hier Schrott abladen. Hier. Holz. Bretter. Nehmen wir mal einen halben Stack mit. Den Rest lassen wir mal da. Ähm. Kumpels, ja. Ah, ne, da haben wir noch ein Stack. Okay. Weg damit. So. Ein paar gammeltes Fleisch haben wir noch. Da haben wir nichts. Zutaten haben wir wieder. Pfeile. Knochen. So. Das brauchen wir alles. Schwarzpulver haben wir. Strings brauchen wir jetzt auch nicht. Das kommt alles hinten in die Kiste rein. So. Das kommt da hin. Ähm. Ja. Das brauchen wir ja jetzt. Fleisch. Okay. Setzlinge. Samen können wir einfach hier reinpacken. So. Da haben wir jetzt mal ein bisschen Platz jetzt. Und dann gehen wir mal gucken. Level 13 nur noch. Siehst du, jetzt haben wir schon knapp 30 Level verheizt. Aber wie gesagt, ist ja nicht das Thema. Äh, T-Level kriegen wir ganz rogge zuge wieder voll hier. So. Jetzt. Ähm. Was wollte ich machen? Schärfe haben wir noch für eine Waffe. Ach ne, Haltbarkeit haben wir ja da. Genau. Dann können wir da mal kurz basteln gehen. Bogen. Äh. Achso, ne, Quatsch. Warte mal. Müssen wir ja am Amboss machen. So. Buch. Bogen. Kosten. 6 Level. Na, süß da. Das passt doch. So, jetzt warte mal. Jetzt gucke ich aber mal eins. Ähm. Schärfe müssten wir theoretisch auch auf den Bogen packen können, ne? Ne, geht natürlich nicht. Okay. Da machen wir mal. Ich muss mich da erst noch ein bisschen reinfinden. Ich habe da noch nie was gemacht mit. Deswegen, äh. Entschuldige dich im Voraus. Aber. Müssen wir alles noch ein bisschen testen hier. So. Die müsste jetzt aber gehen. Genau. Haltbarkeit. So. Kriegen wir das jetzt noch zusätzlich reingehackt hier? Ne, der ersetzt den dann. Okay. Hm. Was könnten wir noch zusammen boostern hier? Haltbarkeit. Haben wir eine Schaufel? Schwert haben wir Haltbarkeit? Können wir noch eine Schaufel auf Haltbarkeit machen? Kling, 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 kling. Das sind drei Bücher. Kann man noch ein Bücherregal hin klatschen? Haben wir schon wieder eine Stufe höher dann. Die Chance zumindest. So, zack, 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 zack. Hier, 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 da, 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 so. Machen wir mal zwei. Reicht ja erst mal. Da können wir erst mal arbeiten mit. So, Pfeiler haben wir ja dabei. Äh, warte mal, Schwert können wir auch noch gleich machen, eins. Warte, irgendwann ist das auch durchgesammelt. So, ein Schwert. Eisenstickys, okay. So. Ähm, Schwert. Machen wir mal ein Sechser. Eine Spitzhacke, machen wir noch Dreier. Da hätten wir jetzt ein Zwölfer draus machen können. Naja, egal. So. Ähm, Schwert. Ne, da oben hin. Schärfe. Zack. Spitzhacke. Stabilität. Zack. Ist zwar alles Stufe 1, lohnt sich zwar nicht noch, äh, noch nicht so wirklich. Aber wie gesagt, wir können ja weiter noch Monster dreschen gehen und alles. Wir kriegen ja auf jeden Fall noch Sachen zusammen und auch Level und Pipapo. Äh, das sollte jetzt mal nicht das Problem werden. So, Fackeln habe ich jetzt gar keine dabei. Aber gut, wir werden irgendwo Kohle finden. Dann können wir uns da wieder zusammen klemmt, ne. Und die Steinspitzhacke haben wir jetzt auch bald weg. Dann können wir endlich mal mit Eisen weitermachen. Dann geht das Ganze auch ein bisschen schneller auch vorwärts hier. So, wenn wir jetzt hier ein bisschen Kohle finden, machen wir gleich mal ein paar Fackeln. So, siehste, und weg. So, und die hat jetzt auch Haltbarkeit. Da geht es jetzt ein bisschen flotter dann. Also ein bisschen länger, besser gesagt. Ein bisschen länger flotter. Ja, so ganz verkehrt ist das nicht mit diesen Schriftrollen. Ist natürlich nur abhängig, was für Slots kriegst du da drauf. Aber dadurch, dass du dir deine Verzauberung praktisch selbst komplett frei auswählen kannst, hast du es natürlich auch etwas einfacher. Dann kannst du dein Glück selbst draufhacken und so eine Geschichte. Und bist du nicht so abhängig davon, von anderen Sachen. Das heißt, mit dem Research Table, wie gesagt, da muss ich mal noch gucken, dass ich dann noch was finde.